Immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland gehen wegen psychischer Erkrankungen vorzeitig in Rente. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung im Schnitt mit 48 Jahren. Das Arbeitsministerium erklärte, Gründe seien der offenere Umgang mit psychischen Erkrankungen, aber auch Arbeitsverdichtung und Stress. Im vergangenen Jahr ließen sich fast 71.000 Arbeitnehmer deswegen früh verrenten, rund 6.500 mehr als im Jahr zuvor. Psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen sind mit 39,3% der Fälle Hauptgrund für Frühverrentungen.